Die Anforderungen an die Kennzeichnung von Pharmazeutika sind so hoch wie in kaum einer anderen Branche. Denn für höchstmögliche Sicherheit bei der Kennzeichnung von Medizinprodukten und Arzneimitteln müssen unterschiedliche Technologien für Druck, Identifikation, Etikettierung und Kontrolle auf engstem Raum perfekt zusammenspielen. Um den Anforderungen der Kunden, gesetzlichen Regelungen und GMP-Bestimmungen nachzukommen, haben wir ein Spezialteam ins Leben gerufen. Dieses ist untergliedert in einem Projektvertrieb, einen technischen sowie kaufmännischen Innendienst, Projektmanagement und Service. Der Durchlauf einer Etikettiermaschine für Pharmazeutika kann im Wesentlichen in vier Phasen gegliedert werden. Anfragephase, Auftragsphase, Abnahme- und Installationsphase, Lifecycle und Nutzungsphase. Die Anfragephase. Jeder Kundenauftrag beginnt mit der eigentlichen Anfrage eines Kunden. Unser Außendienst bespricht in diesem ersten Schritt gemeinsam mit unseren Kunden ausführlich und detailliert die Anforderungen an die Maschine und die Produktionsbedingungen. Dieser Anforderungskatalog, auch URS genannt, sowie Produkt- und Etikettenmuster gelangen im nächsten Schritt zu unserem technischen Innendienst. Dieser erarbeitet in Abstimmung mit Auftraggeber und unseren Spezialisten ein individuelles Lösungskonzept. Hierbei orientieren sich unsere Experten in erster Linie an vorhandenen und bewährten Konzepten, die in den Bereichen rund um Etikettierung und Zweiseitenetikettierung einen Großteil der Etikettieranforderungen abdecken. Dadurch können viele Kundenanfragen besonders kosteneffizient und schnell umgesetzt werden. Bei noch spezielleren Anfragen außerhalb dieser Norm erarbeitet unser Team ebenfalls Lösungskonzepte für individuell zugeschnittene Sonderetikettiermaschinen. In unserem Inhouse-Technikum werden bei Bedarf praktische Tests mit Originalprodukten und Originaletiketten unserer Kunden durchgeführt, um möglichst praxisorientierte Lösungen zu erarbeiten. Sobald ein passendes Lösungskonzept basierend auf allen Anforderungen der URS ausgearbeitet ist, erstellt der technische Innendienst ein ausführliches Angebot. Hierbei legen wir besonderen Wert auf Transparenz und Verständlichkeit, weshalb all unsere Angebote, die Angaben zur Funktionsweise der Anlage, den Aufbau, die Bepreisung und einen Zeitplan mit Meilensteinen wie Kick-Off-Meeting, Design-Review, FAT und SAT beinhalten. Jedes individuelle Angebot wird anschließend von unserem Projektvertrieb an unsere Kunden weitergeleitet und detailliert besprochen. So stellen wir sicher, dass alle Anfragen stets individuell, GMP-konform, schnell und transparent bearbeitet werden.